Ahoi und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Frostpunk. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Meine Freunde, ich glaube, wir werden weniger frieren wie gerade unsere Bevölkerung. Wir haben hier kein Holz mehr, wir haben keine Hitze. Ich habe hier, glaube ich, alles verballert an Kohle, das geht. Problem, wir haben nur zehn Logistikmarken und die werden gerade eingesetzt, um das hier zu erforschen. Ja, ist gerade so ein Problem, all dieweil, da gibt es bestimmt schön Öl. Verbleibende Kohle in London, 25 Wochen. Ja, es ist halt, wir sind gerade am sterben. Wir hatten noch 250 Kohle hier drüben. Halt, hier, Koksukate, Koksukate hier. Die kann ich aber erst aktivieren, wenn ich im Endeffekt diese zehn Karten wieder habe. Das wird aber noch dauern. So, wir haben, das ist, ja, ihr seht, ich bin da ziemlich, ja, Logistikzentrum baue ich gerade. Die Frage ist, wie gut es geht, wir werden sehen. Vielleicht werden wir gleich hingerichtet, ich weiß es nicht. Weil die Stadt friert, ja, und das in der kalten Zeit. Finde ich persönlich uncool, ja, aber ich kann es, glaube ich, nicht ändern. Wir haben Overdrive, damit wir Kohle sparen, denn wir haben nur 162, ja. Und ausgeraubt. Ja, klar, jetzt ist gerade hier. Ui, 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 ui. Hier kriegst du gerade Anne und Inge, ne. So, komm, ihr Kinderlein, ihr Kinderlein kommet. So, pass auf. Ich hoffe, dass wir das überleben. Es tut mir leid, ich habe die falsche Richtung entwickelt. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass es so blöd läuft. So, 20, perfekt. Jetzt springen wir raus. Den hier aktiviere ich. Jawohl, den haben wir. Das ist perfekt. Das heißt, 250 kriegen wir gerade rein. Ob das uns hilft? Bezweiflich. Es ist auf jeden Fall nicht mehr ganz so viel, die frieren. Wir haben zwar hier ganz viel Materialüberschutz, wir haben zu wenig Häuser. Die Frage ist, lass mich kurz gucken, kann ich hier irgendwas deaktivieren? Beispielsweise hier das Forschungsinstitut. Das kann ich deaktivieren. Lass mich kurz gucken. Was kann ich noch deaktivieren? Das kann ich nicht deaktivieren. Ich hatte doch irgendwo ein Krankenhaus, oder? Wo war das Krankenhaus? Da, hier ist es. Was ist das hier? Wohnen, na gut, das kann ich jetzt, das kann ich definitiv nicht deaktivieren. Ich könnte hier das hier deaktivieren. Wo ist es denn? Hier. Das hier, was würde das hier bringen? 80. Das wäre schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Wir haben aktuell sowieso noch, wir leben gerade vom Lager, aber so kriege ich das vielleicht ein kleines bisschen gewuppt. So, was haben wir denn? Lehrkrankenhaus. Das Lehrkrankenhaus deaktivieren wir auch. Somit haben wir 40 mehr. Ja, wir kommen ein bisschen runter. Ich hoffe, dass es ein bisschen reicht. Ja, hoffen ist gut, ne? So, da haben wir gar nichts. Den hier kann ich deaktivieren. So, klar, jetzt haben wir Minus, aber wir haben jetzt nicht mehr ganz so viel Frost. Der hat aktuell nichts. Du da hinten hast nur diesen Wohnbezirk, das werde ich natürlich lassen. Du hast hier definitiv auch nichts, was ich nutzen kann. Die sind eh alles aus, weil hier alles aus ist. Das ist okay, so. Was hat man hier? Wir können ausschalten, den Generator. Wie geile Idee ist das denn? Wir können das Radsaal deaktivieren. Ne, können wir nicht. Okay, das wäre natürlich... Oh Mann, der Wahnsinn wieder meine drei Probleme. Gut, wir haben nur noch 222. Ja, das ist das 250 aus der Mine. Förderbezug. Okay. Bezug. Jetzt gucken wir... Langsam. Entschuldigung. Ich überschlage mich. Meine Zunge ist schneller als mein Kopf. So, wir haben minus 222. Das ist natürlich ganz blöde. Aber es ist, wie es ist. So. Es tut mir sehr leid. Also Nahrung haben wir gerade noch, wie gesagt, für 13 Wochen. Das reicht. Das ist auch okay. Da haben wir noch 152 Wochen. Da haben wir eh zu viel produziert. Ähm... Ja. Wärmemarken. Pilger schlagen Aktion vor. Wir haben ein Problem mit Wärmemarken. Eine Gruppe der Pilger hat eine Idee geäußert. Wir sollten verabschieden. Haltbare Waren. Okay. Wenn wir das tun, wird die Stadt davon profitieren. Haltbare Waren. Okay. Äh... Haltbare Ware ist, ist okay. Andere Gemeinschaften mit Misstrauen und Würden es sicher schätzen zu wissen, wenn du ihre Idee unterstützt. Äh... Wärmemarken haben müssen wir das, äh... Versprechen ein. Wurde. Gute Frage. Nächste Frage. Wärmemarken. Ähm... Was haben wir denn? Äh... Äh... Wir gucken mal. Haltbare Ware. Wir können demnächst, ähm... Aber ich muss erst mal überleben. Ich werde bestimmt aus der Stadt gejagt. So. Gut. Das heißt, das haben wir erledigt. Jetzt können wir mal gucken, was haben wir hier. Das ist das. Also, man sollte wahrscheinlich gerade am Anfang immer wieder mal, äh... Die Sachen anschauen mit dem Ausrufezeichen. Die alte Dreadnought. Sehr schön. Hier ist die alte Dreadnought. Ach. War das hier unsere Aktion, wo wir gestartet sind? In dem Gebiet. Kann das sein? Hängt die Gletscherspalte. Wir haben Öl gefunden. Das ist sehr schön. Was ist das hier? Zerstörte Waken. Äh... Teile bergen. Ölzisterne. Ähm... Felsspalte fest. Ohne Spezialesrüstung. Dann würde ich sagen, das hier. Wir haben Öl gefunden. Hier waren wir. Genau. Hier haben wir auf jeden Fall die Robbenkolonie platt gemacht. Das ist die Dreadnought. Ölgräber-Nomaden. Leichen entfernen. Die Toten respektieren. An der einstigen Küste liegt ein alter herunterkommende Dreadnought. Er scheint auf Öl umgerüstet worden zu sein, der neben einem ergiebigen Ölvorkommen liegt. Okay, vielleicht war das eine Art Tankstelle. Doch in der schwarzen Flüssigkeit, in dem stillliegenden Bohrlöcher liegen gefrorene Leichen, in Leichentücher eingehüllte Körper. Der Anblick jagt unseren Speeren einen Schauder über den Rücken. Diese Ölvorkommen würden unsere Kraftstoffbedarfe sicher decken. Allerdings müssen wir die Gräber entweihen, wenn wir an das ganze Öl kommen wollen. Ähm... Ja, es tut mir leid. Ich weiß, aber... Ja. Wir begraben euch woanders. Gut. Errichte eine Kolonie bei der Alpen Dreadnought und verbinde sie durch einen befestigten Pfad in London. Ah! Pause. Pause. Sehr schön. Okay, jetzt brauche ich einen Pfad. Kann ich da rein scrollen? Ah, guck mal, hier kann ich rein scrollen. Okay. Ja, das war wahrscheinlich genau das Ding, was wir damals hatten. Äh, ich kann hier aber nichts bauen. Also ich glaube, da ist, äh... Ich kann zwar reingucken, aber das hat man schon. So, das heißt, ich benötige einen Pfad. So, nämlich von da. So. So, und du darfst da hin. Jawohl. Vier Wochen. Nein? Nein? Vier Wochen, meine Freunde. Sehr schön. Vier Wochen. Überleben wir das? Vier Wochen? 19 Wochen. Mhm. Aber da haben wir schon mal Öl. Zurück zur Stadt. Vier Wochen. 19 Wochen noch Tempo. Das könnte uns gerade so den Kopf retten, ne? Kältere Jahreszeit. Wärmere Jahreszeit. Schneesturm. Weiterkannung. Minus 40 Grad. Warenknappheit. Wir haben Warenknappheit. Das ist wohl richtig. Errichte eine Kolonie bei der alten Dreadnought. Also da ist es ein bisschen am alten Dreadnought. Ich hätte gesagt, der. Oder die alte Dreadnought. Aber am. Egal. Liefere mindestens 75 Einheiten Öl nach Neulondinium. Okay. Er hat noch Sitzungspause. Okay. Oh Mann. Vier Wochen, meine Freunde. Vier Wochen. Also Essen ist nicht das Problem. Im Moment ist definitiv die Temperatur das Problem. Aber wir haben bald Öl. Olivia-Öl. So, die fahren Sonderschichten. Notfallschichten. Äh. Was will ich hier draufklicken? Zwölf Wochen. Okay. Ja. Brauchen wir gerade. Es tut mir leid. Ich. Es. Ja. Ich habe eine falsche Entscheidung getroffen, meine Freunde. Das tut mir so leid. Okay. Ich kann jetzt eh nichts machen. Jetzt muss ich einfach warten. Bis die vier Wochen abgelaufen sind. Aber die Zustimmung ist, äh. Leicht reduziert. Okay. Das ist aber gut. Das ist so. Im Moment habe ich relativ noch gute Zustimmung. Das kann sich aber relativ schnell ändern. Terminalpatienten sind empfohlen, eine gesundheitliche Diät zu halten. Eine gesundheitliche Diät. Okay, also wir haben noch genug Essen. Das ist nicht das Problem. Ähm. Was ist das? Die habe ich deaktiviert. Das Maschinen-Sägewerk. Und äh. Deaktivieren tun wir den jetzt mal nicht. Gut. Wir könnten ihn deaktivieren. Jetzt haben wir hier natürlich mehr. Aber wir haben aktuell noch genug Vorkommen. Ja, das ist okay. Auch würde ich jetzt mal so vorschlagen. Aber da gehen auch die Ressourcen. Zu Neige. Äh. Puh. Hat einen kritischen... Ui. Ausschalten. Ich hatte keine Acht mehr drauf auf den Overtrive-Modus. Generator. Hat einen kritischen Wert erreicht. Ja. Okay. Das ist aus. Da müssen wir gucken, dass wir da weiterkommen. Ich bin mal gespannt. Wie weit wir eigentlich kommen. So. Wie weit ist der denn hier? Ist das schon so weit? Ist es schon gebaut? Ah, Kolonisten entsenden. Ui. Bauzeit 15 Wochen. Ich glaube. So lange reicht uns das ganze Zeug hier nicht mehr. Oh Mann. Ah. Erforderlich. Kerne haben wir. Frostland. Mann, 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 Mann. Das habe ich natürlich nicht geguckt. Wie lange hatte ich jetzt? Öl. Na, genau. Da baue ich hier das Ganze auf. Das wäre dann praktisch der Anfang, wo wir dann waren. Und dann kann ich hier das Öl abbauen. Ist zwar nett. Aber wir wissen alle, was nett bedeutet. Ich glaube, nett heißt, wir kriegen einen auf den Zeiger. Stellt euch eine Gesellschaft vor, die auf technologischen Fortschritt. Ja, ich weiß. Das Doofe ist nur. Was habe ich dir für überleben, habe ich gesagt. Die Frostländer wollen, halt das Körper, das Zaltkörpern da zurück. Überleben. Massenproduktion. Das war das hier. Haltbare Ware. Warenbedarf, Kopf sinkend. Vorschlagen. So, und dann hätte ich gerne verhandeln. Verhandlungsbereit. Überwiegend dagegen. So, dafür stimmen. Ich verkaufe meine Seele dafür. Ich werde wahrscheinlich sowieso in den nächsten fünf Minuten geköpft. Abfallabverbrennungsanlage. Wärme da 40. Aber ganz ehrlich, kriege ich nicht nochmal Wärme raus bei einer Abfallverbrennungsanlage? Hätte ich jetzt eher gedacht, dass es einen positiven Aspekt hat. Statt sauber zu halten, Belüftungsturm. Baue einen Belüftungsturm. Okay. Elend sinkt. Elend sinkt stark. Erforsche fortschrittliche Sprengkohlmiede. Elend steigt deutlich. Ja, ich hätte jetzt zu bauen, könnte ich. Ja, das könnte ich tun. Ein Belüftungsturm. Die Frage, die sich mir hier stellt, ist, wäre nicht das hier besser? Sinkt stark, aber die Krankheit steigt leicht. Aber hier müsste ich den Forschungding wieder aktivieren. Ja, komm. Die Menschen sind gespalten. Unschlüssig sind sieben. Gesetz unterstützt. Gesetz unterstützt. Ja, dann probieren wir das mal. Wir bauen einfach... Achso, wir forschen das. Näh, forschen sollen wir lieber bauen, oder? Wir probieren das einfach mal. Abstimmen. Okay, das haben wir geschafft. Das ist schon mal gut. So. Forderung der Pilger erfüllt. Okay, jetzt mal kurz Pause machen hier. Ich muss bauen. Ähm, hab ich hier... Das hab ich, ich hab auch keine Wärme hier. Hier, Moosfiltrationsturm. Belüftungsturm. Was soll ich bauen? Einen Belüftungsturm soll ich bauen. Das heißt, das hier soll ich bauen, ne? Da kann ich's nicht hinbauen. Das ist interessant. Da kann ich's hinbauen. Okay. Dann setze ich es da hin. Dann haben wir das auch erfüllt. Leben, unser Leben bereichern. Ja, das ist natürlich jetzt... Oh Mann. Ich glaub, das werden wir trotzdem nicht erreichen. Ja, weil die Leute frieren sich grad den Ast. Ja, und ich hab noch fünf Wochen. 154 Leute. Sehr schön. Bringt mir nur alles nix, ja? All dieweil. Ähm, ich hab keine Wärmemarken mehr. Beziehungsweise, ich hab keine Wärme mehr. Auch wenn ich mir gerne mehr Wärme gewünscht hätte. Hat Ihnen einen Haufen Schwachsinn versprochen. Okay. Ja, es ist halt, äh... Es tut mich leid. Ja. Ja, es tut mir leid. Ja, es tut mir leid. Oh. Oberhaupt. Die Ordnungsware sind, äh, außer sich verwut. Weil das Gesetz nicht mehr in Kraft ist. Massenproduzierte Ware. Aha. Sie berufen sich darauf, dass du, äh, dein Wort gegeben hast, dieses Gesetz zu verabschieden. Ja, haben wir doch gemacht. Es ist verabschiedet worden. Leute. Das ist Politik. Ja? Ja. Ja. Das ist halt Politik. Heute so, morgen so. Es ist halt so ein bisschen so eine Art Prinzessin-Lily-Fee-Konzert, ja? Äh, du hast 15 Wochen Zeit, um das Gesetz wieder in Kraft zu setzen. Äh. Kann ich da raus? Nee, ich muss jetzt da draufklicken oder was? Äh. 15 Wochen. Kriege ich das in 15 Wochen hin? Acht Wochen, zwei Tage. Sehr schön. Ja, ist egal. Das, äh, läuft doch. Ja. So. Wir haben noch drei Wochen. Ist erfüllt. Sehr schön. Es ist erfüllt. Jetzt gehen wir kurz mal hier ausmachen. Ich bin hier zu schnell. Tut mir leid. Hier. Zack. Guck mal hier. Ein Belüftungsturm. Und was machen wir mit dem Belüftungsturm? Deaktivieren. Zack. Es war die Bedingung nur bauen, meine Freunde. Ja, nur bauen. Vom Betreiben hat keiner was gesagt. Notfallschichten. Ja, ich muss die Notfallschichten ausschalten. Ähm. Ah, halt. Förderbezirk. Das da ist der. Mach mal aus. So. Ich weiß, ihr friert euch den Boppes ab. Das tut mir so leid. Das tut mir so leid. Das ist nicht mehr bewohnbar, ne? Oder das Gebäude ist deaktiviert. Das bedeutet das, okay? So. Minus 17 Nahrung. Ui. 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 27 Behausungen haben wir mehr. Warte mal. 27 Schaltshop. Gott. 27. Pass auf. Wenn wir 27 mehr haben, dann kann ich auch den deaktivieren. Perfekt. Guck mal. Das ist doch sehr schön. Aber immer 7 Behausungen mehr. Das ist vollkommen okay. Äh. Ja, die Zustimmung sinkt. Ich weiß. Ich bin nicht mehr euer Freund. Ihr habt Hunger und Durst und keinen Leerer. Ich bin der böse Taschenentleerer. So. Es wird warm. Oder? Wo sind wir denn? Ah, die Expedition. Okay. Das heißt. Oh Mann. Oh Mann. Äh. Essen geht uns aus. Do not succumb to wasteful fashion. A well made coat is always in style. Äh. Da haben wir genug. Aber wir haben jetzt wohl hier ein kleines Problem. Wir können noch 4 Wochen. 4 Wochen können wir beraten. Oh Mann. Das heißt aber, du könntest... Mal kurz Pause machen. Wir haben jetzt gerade einen Kern weggeschickt. Was ich mir jetzt gerade überlege ist, du könntest... Ich könnte dann rein theoretisch... Würde das bedeuten... Ne? Hier gibt es noch einen Kern. Guck mal. Hier kann man einen Kern hervorher. Guck mal. Später wiederkommen. Zerstörter Wagen. Ah. Ein Kern. Mhm. Das heißt... Hier ist das hier. Da ist er. Ui. Da ist er. Sehr schön. Auf dem Weg zur alten Dreadnought. Voraussicht der Ankunftzeit noch eine Woche. Ja, so viel... So viel habe ich nicht. Hier. Heißt es, ich könnte... Altes Observatorium. Dieses Hofkörper des Gebäudes zieht Gesetzlose und Plündere an. Okay. Sie einladen. Okay. Fischerdorf. Sie einladen. Alle zum Kommen. Willige Nacht. Okay. Das ist das hier. Okay. Ich könnte mir vorstellen, dass du mit dem Kern dann... Dich ein bisschen ausbreiten kannst. Wäre so meine persönliche Meinung. Ich bin da aber nicht ganz sicher. Was haben wir hier? Ist das Kohle? Ist das Kohle? Ich bin viel zu spät dran gewesen. So. So, zurück in die Stadt. So, noch zwei Tage. Dann werden wir gesteinigt, weil wir nichts haben. Halte durch, meine Freunde. Keine Kohle mehr. Unsere letzte Mine ist nun ausgebeutet. Wir haben die gesamte Kohle Neulondons aufgebraucht. Die Stadt ist völlig... Vollständig von Kraftstoff abhängig. Und zwar schnell. Wir werden überleben. Mhm. Hoffe ich doch. Das hoffe ich doch. Jetzt heißt es halt ein kleines bisschen Gürtel enger schneiden. Ich muss den hier wieder anmachen. Das tut mir leid. Auch wenn ich es nicht gerne mache. Aber wir brauchen Futter. So. Ich weiß nicht, wo ich noch sparen kann. Es kommt Gott sei Dank die warme Jahreszeit. Ähm. Ähm. So. Ähm. So. Wie sieht es hier aus? Okay. Dauert noch ein kleines bisschen. Da bin ich mal gespannt. Also sie werden uns demnächst gleich den Kopf abhacken. Noch sieben Wochen. Mhm. Darf ich nicht vergessen. Das wieder zurückzustellen. Mhm. Ich gehe mal hier zurück, oder? Zack. Zurück zur Stadt. So. Gucken wir mal. Wie sieht es hier aus? Halt. Ähm. Ich möchte in den Rad. Achso. Hehehe. Hehehe. Ja. Äh. Ist zwar schön, aber hier, ähm. Ja, ist zwar nett, aber ich habe hier das nicht mehr. Äh. Bin ich jetzt. Mach es mal ohne Blödsinn. Kommando zurück. Pause. Stopp. 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 Wo muss ich denn? Aufpassen. Ähm. Jetzt mal. Ohne Flags. Ähm. Ins Frostland. V. Neu London. Ah, jetzt. Gesetzvorschlag. Überleben. Ähm. Wahre haltbarer machen. Das haben wir gemacht. Wo war das andere? Was wollten die haben? Ähm. Die wollten doch haben... M-m-m-m-m-m-m-m-m. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Was wollten die haben? Komm mal kurz raus. Hm. Massenproduzierte Ware. Okay, massenproduzierte Ware. Stadt. Okay, das ist das hier. Massenproduzierte Ware. Ware. Ware haltbarer machen. Speer. Kraftstoff. Keine Regel festgelegt. Ah, hier. Ach, da muss ich hin. Okay. Massenproduzierte Ware. Vorschlagen. Äh. Verhandeln. Frostländer. Überwiegend dagegen. Also, die Pilger sind überhaupt nicht verhandlungsbereit, ja? Die Ordnungsware, das sind so diese, diese, äh, diese extremen Lager, ne? So, was biete ich dir denn an? Nützliche Zusatzstoffe. Dürfen für die Nahrung verwendet werden. Wir werden unsere Leute darin schulen, sie in Frostland zu suchen. Mal hier, das da. Das ist okay, ne? Tagesordnung stattgeben. Okay. Nur natürlich gesammelte Zutaten. Okay. Könnte, könnte was werden, ne? Das wäre dann, ähm, Verabschiede gesetzt. Die Frage ist, wie lang? Ja, wann, das ist wieder wahrscheinlich dann, äh, gleich demnächst. Forschen kann ich aktuell nicht, aber das wird sich dann noch ändern. Ähm. Hm. Deutlich. Es ist genau das Gleiche. Oh. Wir haben acht Wochen. Na komm. Akzeptieren. Abstimmen. Ja, passt. Ja, ich bin halt ein typischer Politiker, ne? Ein Fähnchen im Wind. Ich verstehe. So. Sehr schön. Gut, meine Freunde, ich schaue auf die Uhr. Wir sind wieder am Ende einer Folge. Wie es in der nächsten weitergeht, werden wir in der nächsten Folge sehen. Ich gehe mal, ich hoffe, dass wir das hier, äh, fertig bekommen, dass wir genug, äh, Öl produzieren, dass wir hier nicht drauf gehen. Aber, aber, das werden wir sehen, wenn's so weit ist. In diesem Sinne, herzlichen Dank, dass ihr meine Gäste wart und bis dann. Tschüss. Ich gehe mal, 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 ich